hallo und herzlich willkommen zurück zu anodine wir haben ja letztes mal diesen sage ich jetzt mal tempel ist das ein tempel dungeon dungeon verließ wie auch immer geschafft und jetzt stellt sich uns die frage was kommt als nächstes also wir haben hier schon alles erledigt da auch das können wir halt an diesen diamanten sehen waren noch diamanten oder hast du was neues zu sagen blablabla blablabla ok was tun vor allen dingen wohin ich erinnere mich dunkel dass es noch eine stelle gab wofür man jede menge karten brauchte aber wo das jetzt genau war da ist jetzt echt guter rad teuer ich glaube das war doch irgendwo am strand oder nicht irgendwo hier und irgendwo oben da war auch irgendwo ein tor was hier nee da kommen wir wieder mit das war ja damit das startgebiet ok dann begeben wir uns mal auf die suche war das denn nur moment ein blick auf die karte ein blick auf die karte sagt links gibt es noch ein paar abzweigungen rechts auch aber rechts weiß ich wo das hingeht glaube ich jedenfalls nutzen wir mal den wasser weg war das hier also sieht so aus na eben über die löcher rüber springen was war hier nichts weiter jetzt glaube ich interessant hallo young wann bist du ein stärker und weiser stärkeres und weiseres individuum geworden dieser fahrt wird dich zum brier führen oh du hast wenigstens 36 karten aber ich bin nicht sicher dass du bereit bist für deinen wahren test tatsache ist schau wie wir lesen dieses tor falsch du brauchst 92 karten um das tor zu passieren nicht 36 ok willst mich doch veräppeln der will mich doch nur verhöhne piepeln hier loser genau dann haben wir wenigstens ein neues portal und auch einen neuen weg das hat ja super funktioniert aber wenigstens etwas was heißt etwas wir wissen wo es weitergeht ok da geht es auf jeden fall nicht weiter kann man sich in den tod stürzen aber es sei jetzt für mich nicht so aus aber was weiß ich schon lass mich raten auf der anderen seite ist genau auch so was nein da sind löcher ok da ist eine kiste ah eine karte schauen wir mal ähm wo bist du da unten ich mache ein super job ja genau mit luke und betrug hier ich habe so das gefühl wir nähern uns langsam dem ende ha geht doch mit 36 karten das wäre doch gelacht ach der schon wieder warum hörst du nicht auf mich naja wenn du da wie ein idiot reinläufst dann gefährdest du briar das land und alles wofür ich gearbeitet habe das tut mir leid young wenn du mir nicht zuhörst dann muss ich dich überzeugen auf einem anderen wege überzeugen ui ui boss fight hallo das stimmt mit dir nicht kollege was gott was ist denn hier jetzt los wenigstens bewegen sich die dinge eigentlich noch dachte ja schon die würden sich noch bewegen nein kannst mich mal was ist das hier ein shoot in ab oder was hallo ist das der sat 1 ball nein ich werde nicht getroffen das ist nicht so wie es sein sollte ich wollte dass du ein besserer als ein besserer mensch wirst ich habe es mir gewünscht ich habe mir gewünscht dass du fähig sein wirst den briar zu helfen das alles ist nur ein verrücktes spiel ich kann dich nicht aufhalten den briar zu erreichen denk daran was ich dir gesagt habe wenn alles zur hölle fährt positive einstellung mein kollege so mag ich das bekommen wir dann hier nochmal so ein ollen checkpoint ich schaue erst nochmal hier an seiten vielleicht gibt es hier noch was schönes aber außer schlüssel und karten gibt es hier ja eigentlich nichts das finde ich ein bisschen schade das ist schon alles sehr minimalistisch gehalten okay da geht es nicht weiter speicherpunkt wunderbar genau ein speicherpunkt wollte ich haben es folgt ein labyrinthartiger dungeon ein labyrinthartiges verließ das großes zirkus zählt ich verstehe das nicht wo sind die wächter frage ich wer hat das leben aufgegeben und ist hierhin geflüchtet ich fühle die angst wie sie sie fühlen aber ich habe mehr angst davor zu sterben ohuiui jetzt wird es hier hochphilosophisch oder was noch was zu lesen ähm ja blau shiftet ja neupa blabla komische dimensionen hotel ach ist das die geschichte also was wir bisher so erlebt haben ach diese typen da die einfach nur sinnlos hin und her laufen sind menschliche seelen oder wie da ist ein eingang okay ich hätte mir das jetzt vielleicht doch mal merken sollen das ist ja nett kiste eine waffen aufwertung für uns damit können wir zwei felder wechseln portal neues portal speicherpunkt aber eigentlich müsste da ja noch ein bisschen kommen was habe ich das schon gelesen der fahrt wird sich öffnen wenn die dunklen wächter felder ersetzt wurden gott also ist es ist das hier irgendwie da brauche ich bestimmt diese slap ding für war was muss jetzt wohin moment kommst dahin kommst dahin kommst dahin und du bist gar nix oder wie nein nein ach egal wie das hallo zufall ähm ne moment nein so da bleibt immer eins nein diese steuerung ist echt der wahnsinn eine totale burner irgendwie glaube ich muss mir echt noch mal die felder durchlesen sonst kann das hier etwas dauern auf der anderen seite moment ich kann ja hier noch mal rausgehen und wieder zurückgehen rot ist was ist rot gar nichts ok ich muss mir das moment was steht da dark guardian teilsam geisterfarben ok ich muss mir mal den stein hier oben durchlesen blaue stein das war das mit dem hotel blau war das mit dem hotel das heißt welcher war denn das jetzt gute frage echt ich würde das hotel war doch was du nicht ja moment aber das wird immer wieder zurückgesetzt naja blau ist das auge quasi ein blaues auge gott war der schlecht rot labyrinth bla bla ach das rot war zirkuszelt ja bla 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 rot war zirkuszelt rot müsste dann nein rot müsstest du sein blau müsste dann ja blau war vermutlich eher hier bleiben ja nur noch aber wieso ist denn jetzt aber wieso ist denn jetzt hä dann bleibt ja jetzt nur noch hier lila und grün aber irgendwie moment was tut blau nee oh ich hasse solche puzzle dinger das ist nicht meine welt nein du warst das nicht moment wenn ich alle jetzt schon so da drauf gepackt habe wieso blau war das auge ich kann die dinger nicht zurückstellen aber wie soll ich denn dann da taucht immer wieder der typ auf ach ich lese mir nochmal das andere ding durch ich könnte natürlich da schon mal runter gehen aber oder ne doch oder ne apartments ähm grün ist apartments was war denn das nochmal oh gott ich kann da noch gar nicht runter ha super ganz großes kino grün waren die apartments und mein grün war es doch dann du oder nicht blau war es genau du warst blau und du warst rot hey wunder oh mein gott genau du warst blau und du warst rot dass ich das hinkriege das war ja wuhu nicht dass ich nicht dran geglaubt hätte aber hey was bist du weiß ich nicht okay wir haben neuen speicherpunkt wir haben auf jeden fall keine karte mehr ähm das heißt ja dann wird das gebiet auch nicht so groß sein aber das schauen wir erst uns in der nächsten folge an ich hoffe ihr schaltet wieder ein wir nähern uns langsam dem finale ich freue mich drauf falls euch das video gefallen hat lasst mir bitte ein like da und einen netten kommentar ich freue mich immer wenn ihr mir was nettes schreibt bis bald